Die Bilder von ausgebrannten Autos, geplünderten Geschäften, eingeschlagenen Scheiben und sogar einem Mob, der ein Hotel angreift, haben Großbritannien schockiert. Von Portsmouth bis Hartlepool, von Leeds bis London, von Bolton bis Bristol Lodge. Und sogar gewalttätige Proteste haben die Nation erschüttert. Warum? Was ist in Großbritannien los? Wir werden es in der heutigen Ausgabe von Trumpet World herausfinden. Die Migration ist derzeit eines der umstrittensten Themen in der Welt. Ein Großteil der Medienberichterstattung konzentriert sich auf die Vereinigten Staaten, aber alle haben damit zu kämpfen. Wir werden uns in der heutigen Sendung Großbritannien, Kanada und Deutschland ansehen. Vielleicht haben Sie in den Nachrichten von der rechtsextremen Gewalt in Großbritannien gehört. Und es gibt einige wirklich gewalttätige und gesetzlose Proteste, die derzeit in Großbritannien stattfinden. Aber das ist auch nicht die ganze Geschichte. Nun, wir müssen uns ansehen, was die Nachrichten wirklich dominiert hat, seit die Labour Party am 4. Juli an die Macht kam. Und das waren Themen rund um Migration und Gewalt gegen Minderheiten. Am 18. Juli ging es um Zigeuner oder Roma, um den Begriff zu gebrauchen. Am 23. Juli wurde ein Video aufgenommen, das einen Polizisten zeigt, der einem muslimischen Mann gegen den Kopf tritt. Rockdale und rief Allahu Akbar. Doch später zeigte das vollständige Video, dass dieser muslimische Mann tatsächlich die Polizei angegriffen und einer Polizistin sogar die Nase gebrochen hatte. Am selben Tag wurde ein britischer Oberstleutnant in der Nähe seiner Kaserne in Kent erstochen und sein Mörder soll in Nigeria geboren worden sein. Und dann das große Problem. Am 29. Juli ermordete der Sohn von Einwanderern aus Ruanda drei Kinder und verletzte acht weitere bei einer Messerstecherei in einem Tanzkurs in Southport in der Nähe von Liverpool, wo es sich um eine Veranstaltung für Kinder zwischen sechs und elf Jahren handelte. Und der 17-jährige Junge tauchte auf und begann zu töten. Das ist natürlich ein sehr emotionales Ereignis, das zu Protesten, Unruhen und ethnischen Zusammenstößen geführt hat. So versammelten sich am Sonntag in Rotterham Randaliera vor einem Holiday Inn Express, das zur Unterbringung von Migranten genutzt wurde. Einige schlugen Fenster ein, andere versuchten das Gebäude in Brand zu setzen. In Liverpool gibt es Videoaufnahmen, die zeigen, wie Randalierer einen Polizisten von seinem Motorrad stoßen, einen Lebensmittelladen plündern und eine Bibliothek in Brand setzen. In Hull zerschlugen sie die Reifen eines Autohauses, das einem Kurden gehört. In Stoke-on-Trent gerieten Demonstranten und Muslime vor einer Moschee aneinander. Viele der Organisatoren einiger dieser Proteste gaben an, friedlich bleiben zu wollen. Der Organisator eines Marsches in Middlesbrough zum Beispiel ermahnte wirklich alle. Er sagte, lasst es uns heute richtig machen und für unser Land eintreten. Er sagte, es gehe nicht um Ethnie, Hautfarbe oder Religion. Kaum heiße rechtsextreme Gefühle, aber trotzdem kam es zu Gewalt. Eine Gruppe griff schließlich Autos und Häuser in einem Einwandererviertel an. Darauf hingriffen Einwanderer, hauptsächlich pakistanische Muslime, wahllos weiße Menschen im Stadtzentrum an. Normalerweise in Nordirland würden diese Demonstrationen die Menschen tatsächlich zusammenzubringen. Den Demonstranten ist es gelungen, Katholiken und Protestanten zu vereinen, die gemeinsam gegen die Massenmigration protestieren. Aber die Zahlen für alle diese Proteste gehen in die Hunderte. Liverpool ist mit etwa 1500 die Größte. Das ist also die Situation. Es gibt einige Proteste. Es gibt einige echte Gewalttaten. Aber es gibt mehrere massive Probleme mit der Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Das Erste ist, dass die Berichterstattung sehr selektiv ist. Die Medien, der Premierminister und die Polizei erzählen uns, dass es sich um rechtsextreme Schläger handelt. Oft zeigen dieselben Fernsehsendungen, die uns das erzählen, dass es nicht so ist. Hier ist ein Beispiel. Dies ist ein Video von Sky News. Sie sprechen von gefährlichen rechtsextremen Randalierern, während Muslime mit Macheten hinter ihnen herlaufen. Und sie sehen dabei sehr zufrieden aus, während sie es tun. Dann kam es, wie gesagt, zu einem Zusammenstoß zwischen den Demonstranten und der Polizei, woraufhin die Demonstranten quer durch den Park davonliefen. Eine große Gruppe ist auf der Suche nach Ärger davongerannt, so schien es uns. Wir werden uns jetzt also von dieser Gruppe hinter uns entfernen. Aber hier herrscht eine Menge Unordnung. Hier ist ein weiterer Beitrag, ebenfalls von Sky News, in dem sie über einige der Unruhen berichten wollen und jemand, der ganz klar nicht rechtsextrem ist, auftaucht und drohend Free Palestine ruft. Gemeindevertreter haben auch mit der Polizei gesprochen, weil Entschuldigen Sie die Sprache, die Sie hier hören, aber ich glaube, Sie können die Wut heraushören. Ja, Casey, ich glaube wir, Becky, ich entschuldige mich. Und später sitzen dieselben Reporter, die über denselben Protest berichten, im Auto, während dieselbe Art von Leuten mit Macheten und Messern vorbeikommt und die Reifen aufschlitzt. In Birmingham hat ein muslimischer Mob einen Pub angegriffen und darüber wurde nicht viel berichtet. Oder wenn über solche Dinge berichtet wird, dann ist das für die Gewalt in Birmingham sehr irreführend. Die Schlagzeile der BBC lautete Autos und Pub in Birmingham angegriffen. Es wurde nicht erwähnt, wer in diesem Fall die Angriffe verübt hat. Und tatsächlich wurde in dem gesamten Artikel nicht erwähnt, dass diese Angriffe hauptsächlich von muslimischen Männern verübt wurden. Gleichzeitig hat der Stadtrat von Birmingham eine Erklärung veröffentlicht, in der er, Zitat, islamfeindliche und rassistische Gewalt von rechts verurteilt. Sie geben diese Erklärung ab, während muslimische Mobs an diesem Abend in einem bestimmten Stadtteil von Birmingham weiße angreifen. Die Medien und die Regierung haben sich also abgesprochen, um den Menschen ein verzerrtes Bild zu vermitteln. Es gibt einige rechtsextreme Gewalttaten und die sind zu verurteilen. Wissen Sie, ich habe einige dieser Videos gesehen, in denen Menschen Geschäfte plündern. Und ja, einige dieser Menschen sind weiße Briten. Sie können ihren Akzent hören. Sie können sie sehen. Sie sind keine Einwanderer. Und es gibt keine Entschuldigung dafür, in ein Geschäft zu gehen und es zu demolieren. Nebenbei bemerkt war einer der Läden, die ich gesehen habe, ich glaube Lush, eine Art Kosmetikgeschäft. Was für ein rechtsextremer Schläger plündert einen Kosmetikladen? Als ob die Skinheads eine Vorliebe für Schönheitsprodukte hätten. Ich meine, sie brauchen kein Shampoo. Ich weiß also nicht, was da los ist. Aber wissen Sie, ganz im Ernst, niemand sollte Bibliotheken, Hotels mit Migranten darin oder irgendetwas von dem, was wir gesehen haben, verbrennen. Aber, wie gesagt, das ist nicht die ganze Geschichte, die vergrößert wurde. Und die Gewalt, die von Migranten und einigen dieser muslimischen Gemeinschaften ausgeht, wird ignoriert, in einigen Fällen der extremen Rechten zugeschrieben oder einfach komplett vertuscht. Wenn Sie sagen, dass all diese Gewalt rechtsextrem ist und Sie ignorieren, was Muslime und einige dieser anderen Minderheiten tun, dann lügen Sie. Und Sie könnten sagen, naja, es ist nur eine Minderheit von Muslimen und ich bin mir absolut sicher, dass es so ist. Aber gleichzeitig ist es nur eine Minderheit von Menschen, die ein Problem mit der Migration haben, die randalieren und Städte niederbrennen. Diese Perspektive ist nie gegeben. Und es bringt nichts, die Wahrheit zu vertuschen. Ein weiterer Grund, warum die Regierung und die Medien lügen, ist, dass Sie nicht über das Migrationsproblem sprechen wollen. Sie wollen nicht über den Kontext sprechen, den ich Ihnen zu Beginn dieses Beitrags genannt habe. Sehen Sie sich an, was mit einem hochrangigen Ex-Polizisten passiert, als er in einem Interview mit der BBC versucht, einige Zusammenhänge anzusprechen. Sie nehmen Ihnen die Verantwortung ab, denn es sind meine Kollegen und meine Familienangehörigen, die an vorderster Front mit dieser Sache zu tun haben. Die erhalten die Schläge. Was ich damit sagen will, ist, dass Sie jetzt sehr vorsichtig sein müssen, weil die Stimmung so ist, wie sie ist und weil die Menschen Angst vor dem haben, was in den Tagen zuvor passiert ist, als ein Armee-Offizier in den Rücken gestochen wurde. Die irreführende Darstellung im Nordwesten, wo dies geschah. Das ist ein anderer Fall, das ist ein anderer Fall, Kevin. Also lassen wir es dabei bewenden. Das ist Kevin Hurley. Sie verstehen das Thema nicht. Sie alle verstehen den Punkt nicht. Die Leute verwechseln das und ich denke, machen Folgendes. Hören Sie sich diese Vermischung an, indem Sie die beiden Fälle hier zusammen erwähnen. Also lassen wir es dabei bewenden. Ich danke Ihnen. Kevin Hurley, der ehemalige Detective Chief Superintendent. Ja, im Grunde lautet die Antwort, nein, darüber können wir nicht sprechen. Und was? Was ist wirklich das größere Problem, das wir in den letzten Wochen in Großbritannien gesehen haben? Sind es ein paar hundert Menschen, die sich versammeln und Autos und andere Gebäude in Brand setzen, was schrecklich ist und was sie nicht tun sollten? Oder ist es der Sohn eines Migranten, der drei kleine Mädchen ermordet, wobei glücklicherweise niemand bei diesen Unruhen und Protesten getötet wurde? Ich mache mir mehr Sorgen um die Person, die in einem Tanzkurs auftaucht und Kinder ermordet. Aber wir reden nicht darüber, dieses Problem anzugehen. Nur die Unruhen, über die wir sprechen, sind jetzt ein Problem. Und vergessen Sie nicht, dass es hier seit Jahren Probleme mit der Integration und der Migration gibt. Rotterham ist seit Jahren ein Zentrum für einige dieser Proteste. Pakistanische Muslime vergewaltigten systematisch 1400 Mädchen oder sogar weit mehr. Ich denke, das war die Mindestzahl und die Behörden haben sich abgesprochen, um das zu vertuschen. Und selbst jetzt, da diese Geschichte aufgedeckt wurde, wurden viele der schlimmsten Täter verhaftet. Sie wurden vor Gericht gestellt und kamen ins Gefängnis. Sie wurden nicht deportiert. Sie sind jetzt wieder in denselben Gemeinden unterwegs. Und schauen Sie sich an, was Großbritannien in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Sie hatten die Bombenanschläge vom 7. Juli, bei denen 2055 Menschen getötet wurden. Sie hatten den Anschlag auf das Konzert in Manchester, bei dem 2017 Menschen getötet und mehr als tausend verletzt wurden. Später in diesem Jahr wurden bei einem Anschlag auf der London Bridge acht Menschen ermordet. Erst vor ein paar Jahren wurde ein Lehrer während des Covid gezwungen, sich zu verstecken und um sein Leben zu kämpfen, nachdem er während einer Unterrichtsstunde über die Grenzen der Redefreiheit ein Bild von Mohammed gezeigt hatte. Erst letztes Jahr wurde ein autistischer Junge, der eine Kopie des Korans fallen ließ, mit dem Tod bedroht und schikaniert. Großbritannien hat bei jeder einzelnen Wahl, ich glaube mindestens seit der ersten konservativen Regierung um 2010 für eine politische Partei gestimmt, die versprochen hat, die Zuwanderung zu verringern und so weiter. Bei jeder einzelnen Wahl hat die siegreiche Partei diese Versprechen gebrochen. Jeder, der jetzt auf diese Art von Geschichte, auf diese Art von Hintergrund hinweist, wird als extrem bezeichnet, aber es ist nicht extrem, darauf hinzuweisen, dass eine Regierung, die routinemäßig den Willen des Volkes ignoriert und die zulässt, dass einige ihrer eigenen Bürger auf diese Weise getötet werden und die nicht wirklich etwas dagegen unternimmt, eine Explosion riskiert. Wenn die Menschen die Richtung des Landes nicht über die Wahlunen ändern können, werden sie nach anderen Wegen suchen. Aber die Behörden wollen sich nicht mit diesen Problemen befassen. Sie tun lieber so, als gäbe es sie nicht. Im Gegensatz dazu ist die Reaktion des britischen Premierministers Sakir Stahmer auf diese Unruhen auf ähnliche Proteste zurückzuführen. Bei den weit verbreiteten pro-palästinensischen, wirklich pro-Hamas-Protesten, die Juden in London gefährdeten und dafür sorgten, dass Juden Angst hatten, die Hauptstadt zu besuchen, wurden nur sehr wenige verhaftet. Damals gab es keine ähnlichen Reden von Sakir. Er war zwar nicht Premierminister, aber er hätte in seinen öffentlichen Reden definitiv energischer auftreten können, als bei Black Lives Matter-Protesten 27 Polizisten in Großbritannien verletzt wurden. Kair Stahmer hat sich also nicht so geäußert, wie er es diesmal getan hat. Unsere Polizei verdient unsere Unterstützung, wenn sie gegen jede Art von gewalttätigen Ausschreitungen vorgeht. Was auch immer die offensichtliche Ursache oder Motivation ist, wir machen da keinen Unterschied. Verbrechen ist Verbrechen und diese Regierung wird es bekämpfen. Stattdessen sehen die Behörden diese Proteste als Vorwand, um gegen die Meinungsfreiheit vorzugehen und möglicherweise weitreichende Veränderungen in der britischen Gesellschaft vorzunehmen. Und noch einmal, diese Proteste sind ziemlich dramatisch. Es gibt hier einige dramatische Probleme. Sie waren auch nicht besonders groß. 1.500 waren die größte Demonstration in Liverpool. Aber sie versprechen der Regierung massive, massive Veränderungen. Hier ist was Kair Stahmer am 1. August sagte. Diese mobilen Schläger bewegen sich von Gemeinde zu Gemeinde und wir brauchen eine polizeiliche Antwort, die das Gleiche tun kann. Gemeinsame Aufklärung, breitere Anwendung von Gesichtserkennungstechnologie und Präventivmaßnahmen, Anordnungen für kriminelles Verhalten, um ihre Bewegungen einzuschränken. Er hat auch versprochen, gegen Unternehmen der sozialen Medien vorzugehen. Und lassen Sie mich auch den großen Social-Media-Unternehmen und denjenigen, die Sie betreiben, sagen, gewalttätige Unruhen, die eindeutig online geschürt werden, sind auch ein Verbrechen. Es geschieht in ihren Räumlichkeiten und das Gesetz muss überall eingehalten werden. Das ist die wichtigste Aufgabe der Regierung. Der Dienst ruht auf der Sicherheit und wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Und Angriffe auf Bibliotheken, Angriffe auf Supermärkte, sogar Angriffe auf Kosmetikgeschäfte sind niemals gerechtfertigt. Die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit ist für jedes Land von entscheidender Bedeutung, aber im Zuge dieser Proteste als Vorstoß zur Dämonisierung aller, die über Migration besorgt sind als rechtsextrem, könnten eindeutige illegale Aktivitäten einiger weniger als Rechtfertigung für den Versuch verwendet werden, eine ganze Weltanschauung zu ächten. Es gab einige echte Gewalttaten, aber es ist klar, dass die große Mehrheit in Großbritannien, die über die Migration besorgt ist, nicht rechtsextrem ist. Sie brennen keine Bibliotheken nieder und könnten zum Schweigen gebracht werden. In den letzten Tagen hat sich diese Geschichte auf Twitter und Elon Musk konzentriert, wobei mehrere Regierungsbeamte direkt auf Elon Musk losgegangen sind. Ich denke, Elon Musks Kommentare waren völlig ungerechtfertigt. Jeder, der eine Plattform wie er in den sozialen Medien hat, sollte verantwortungsbewusst handeln. Wir haben gesehen, wie Polizisten schwer verletzt wurden. Wir haben gesehen, wie Gebäude angezündet wurden. Jeder, wirklich jeder, sollte in dieser Situation zur Ruhe aufrufen. Daher halte ich seine Kommentare für unverantwortlich und, wie der Sprecher des Premierministers gestern sagte, für völlig ungerechtfertigt. Viele dieser Proteste werden auf, ich zitiere, Fehlinformationen zurückgeführt, die auf Twitter verbreitet wurden. Und daran ist ein winziges Körnchen Wahrheit, das massiv aufgeblasen wurde. So kursierte auf Twitter das Gerücht, dass der Tanzangreifer, der die drei kleinen Mädchen tötete, ein Muslim war, der illegal mit einem dieser kleinen Boote über den Kanal nach Großbritannien gekommen war. Aber ich glaube nicht, dass sich das so weit verbreitet hat, bevor die Wahrheit herauskam. Zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Geschichte ansah, war bereits klar, dass sie falsch war. Und ich glaube wirklich, dass die Ursache für diese Fehlinformation in der Zensur des Mainstreams liegt. Denn tagelang nach dem Anschlag war alles, was die Mainstream-Medien über den Angreifer sagten, dass er ein britischer Junge war, der in Cardiff geboren wurde. Wissen Sie, selbst heute noch ist es schwierig, Informationen über den Angreifer zu finden, es sei denn, Sie wissen zufällig, dass er Axel Moon Gangwa Rudakabana heißt. Wenn Sie seinen Namen kennen, können Sie nach Informationen suchen, aber in vielen Nachrichtenartikeln stand nur, dass er ein 17-jähriger Junge war, der in Wales geboren wurde. Sie geben zu, dass seine Eltern Einwanderer aus Ruanda waren. Wichtige Informationen, die Sie brauchen, um eine neue Geschichte zu verstehen, werden also in der Mainstream-Berichterstattung ausgelassen. Natürlich werden sich die Menschen an andere Quellen wenden, um Nachrichten zu erhalten. Und wenn Ihre Organisationen, die über die Ressourcen verfügen, um genau zu berichten und Berichte zu überprüfen, die Öffentlichkeit belügen, zwingen Sie die Menschen dazu, sich an weniger seriöse Quellen zu wenden und es wird zu Fehlern kommen. Wenn Sie also dieses Fehlinformationsproblem lösen wollen, sollten Sie die Mainstream-Medien in Ordnung bringen, nicht Twitter. Sie sind nicht wegen der Fehlinformationen hinter Twitter her, sondern wegen der Informationen, die Sie nicht kontrollieren können. Es wäre Ihnen lieber, wenn der Name des Angreifers nie bekannt würde, wenn die Menschen seinen Hintergrund nicht kennen würden. Schauen Sie sich den Hintergrund dieser Person aus Nigeria an, die einen britischen Soldaten erstochen hat? Ich bin mir nicht einmal hundertprozentig sicher, dass er aus Nigeria stammt. Er wird in keiner einzigen britischen Nachrichtenagentur erwähnt. In nigerianischen Nachrichtensendungen wird er erwähnt. Ich erwähne es deshalb, weil es zumindest einige Nachrichtenquellen aus Nigeria gibt, die darüber berichten. Afrikanische Nachrichtenquellen verfügen in der Regel nicht über die gleichen Ressourcen wie westliche Nachrichtenquellen. Ich bin also ein wenig zurückhaltend, Ihnen zu vertrauen. Aber wie gesagt, diese Informationen können Sie nicht bei Google finden. Sie werden zensiert. Sie wollen nicht, dass sie veröffentlicht werden. Das Ergebnis sind Menschen, die der Regierung nicht trauen, die den Nachrichten nicht trauen, die den Medien nicht trauen. Sie vertrauen dem, was sie auf Twitter sehen. Und dann will die Regierung auch das abschalten. Sie wollen die Erzählung kontrollieren. Sie wollen die Wahrheit kontrollieren. Melanie Phillips schrieb diese Woche, dass immer mehr Menschen automatisch davon ausgehen, dass die Behörden ihnen nicht die Wahrheit sagen. Das liegt daran, dass es eine solche Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Menschen mit eigenen Augen sehen und dem, was man ihnen darüber erzählt oder nicht erzählt. Und dem, was sie sehen können, dass etwas dagegen getan wird oder nicht. Wissen Sie, diese Unruhen sind zum Teil eine Reaktion darauf, wie schwer es ist, die Wahrheit zu erfahren. Aber sie werden als Vorwand für eine stärkere Zensur auf Twitter dienen. Für den Einsatz von Videoüberwachung, wie Sie vom Premierminister gehört haben, um Menschen am Einsteigen in Züge zu hindern. Wenn wir nicht Ihrer Meinung sind, ich meine, was soll dann dabei herauskommen? Sie haben etwas auf Twitter gepostet, das Ihnen nicht gefällt. Also können Sie nicht in einen Zug einsteigen. Und das ist schlimmer als der sowjetische Stil. Das ist eine Art Taktik der Kommunistischen Partei Chinas. Und das von einer Regierung, die eine Verschärfung der Gesetze gegen Hassreden versprochen hat. Dies kommt von einer Regierung, die die Umsetzung des Gesetzes über die Redefreiheit an Hochschulen gestoppt hat. Das verhindern sollte, dass Professoren ihren Job verlieren, weil sie Dinge sagen, die unpopulär sind. Sie versuchen, dieses Gesetz zu verhindern, das vor ihrem Amtsantritt verabschiedet wurde. Sie versuchen, es effektiv zu annullieren. Sie haben neue Gesetze gegen, ich zitiere, Islamophobie versprochen, die so gut wie jede Kritik am Islam, jede Diskussion über größere Probleme mit der Integration des Islam in die Gesellschaft, über gewalttätige Gemeinschaften unter Strafe stellen werden. Gibt es ein Problem mit islamischen Männern, die britische Frauen vergewaltigen, das wir deutlich gesehen haben? Und es wäre sehr effektiv, all diese Diskussionen zu unterbinden. In einem Artikel von Spiked heißt es, Stama gehöre zu der Sorte von Politikern, die abweichende Meinungen instinktiv als gefährlich und Bürger als überwachungs- und kontrollbedürftig ansehen. Ich wage zu behaupten, dass wir von diesem Anwalt, der zum Chefankläger und Technokraten aufgestiegen ist, mehr liberalen Autoritarismus erwarten können. Das liegt in seiner DNA. Die Migration entwickelt sich also zu einem doppelten Fluch für Großbritannien. Sie verursacht Probleme. Jetzt ist sie ein Vorwand für ein hartes Durchgreifen gegen das ganze Land. Wir werden uns gleich ansehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Diese Situation wurde genau vorhergesagt. Doch zunächst möchte ich einen Blick auf die Migrantenkrise in einigen anderen Ländern werfen, die einige sehr wichtige Aspekte dieser Geschichte offenbaren. Ja, vielen Dank, dass ich wieder in der Sendung sein darf. Wie Sie bereits sagten, hat Kanada in den letzten Jahren eine rekordverdächtige Zuwanderung erlebt. Das Interessante an Kanada ist, dass wir nicht wirklich viele Grenzen haben, über die Menschen einfach ins Land kommen können. Wir haben eine lange gemeinsame Grenze mit den Vereinigten Staaten. Aber im Allgemeinen benutzen die Menschen Kanada, um in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Das ist in der Regel der Verkehrsfluss dort. Damit diese Einwanderungsquote zustande kommt, ist es eine sehr bewusste Politik, Menschen aus der ganzen Welt ins Land zu lassen. Kanada war schon immer ein Land mit vielen verschiedenen Völkern. Wir werden als Nation Kanada bezeichnet, aber in Wirklichkeit sind wir drei Nationen in einer. Sie haben das englische Kanada, das französische Kanada und die indigenen Völker. Sie alle haben einen unterschiedlichen Grad an Souveränität. Und das ist wichtig zu verstehen, denn es gab nie die Erwartung, dass wir ein homogenes Land geworden sind. Wir waren schon immer verschiedene Völker, die zusammen lebten. Als die Migration begann, gab es also nie die Erwartung der Integration. Mit Pierre Elliott Trudeau wurde der Multikulturalismus zu einer Politik, mit der die Einwanderung von Ausländern in das Land ganz bewusst betrieben wurde. Und das hat sich unter seinem Sohn Justin Trudeau noch verstärkt. Und so haben wir einige ziemlich erstaunliche Statistiken gesehen. Lassen Sie mich Ihnen anhand einiger Zahlen ein Bild davon malen. In der ersten Amtszeit von Justin Trudeau in den Jahren 2015 und 2016 kamen etwas mehr als 300.000 Menschen ins Land. Und das blieb ziemlich konstant bis 2021, als wir fast 500.000 Menschen im Land hatten. Und dann, im letzten Quartal 2023, kamen über 400.000 Menschen allein in diesem einen Viertel, was für ein Land mit nur etwa 36 Millionen Einwohnern erstaunlich ist. Das ist also eine erstaunliche Menge an Menschen, die plötzlich ins Land kommen und die Demografie und die Bevölkerung überall beeinflussen. Das andere große Thema in Kanada ist die Immobilienkrise und die Probleme mit der Erschwinglichkeit von Wohnraum. Zurzeit leben in Kanada etwa 2,5 Millionen Menschen ohne ständigen Wohnsitz. Es handelt sich also um Menschen, die mit verschiedenen Arten von Visa hier leben. Das sind etwa 6 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes. Aber wenn Sie davon ausgehen, dass etwa 23 Prozent der gesamten kanadischen Bevölkerung aus Einwanderern und dauerhaft Ansässigen besteht. Das heißt, ein Viertel des Landes ist im Wandel begriffen. Und keine Staatsbürger. Sie sind nicht wirklich Bürger des Landes. Sie haben also einen großen Einfluss auf Kanada, wie ich schon sagte, auf die Erschwinglichkeit, aber auch auf die Kultur, denn wenn sie ins Land kommen, bilden sich diese kleineren Gemeinden verschiedener Nationen, insbesondere in Vancouver, Toronto, Montreal und Halifax. Und das verändert definitiv die Demografie der Wähler, die wirtschaftliche Demografie und hat einen großen Einfluss auf das Land. Wir sehen also, dass Kanada jedes Jahr mehr als ein Prozent seiner Gesamtbevölkerung importiert. Was ich einfach erstaunlich finde. Wenn das die Vereinigten Staaten wären, hätten sie es mit einem ähnlichen Prozentsatz zu tun. Vier, fünf Millionen Menschen kommen ins Land. Ich glaube, es sind etwa eine Million Menschen, die in den USA jedes Jahr Bürger werden. Pro Kopf der Bevölkerung ist dies eine größere Einwanderung, als wir sie in den Vereinigten Staaten erleben. Und das ist das Bemerkenswerte daran. Es ist schwer, von einer Migrantenkrise in Kanada zu sprechen, denn es handelt sich nicht um Norddakutaner, die vor einem Krieg in Dakotanal oder ähnlichem über die kanadische Grenze fliehen. Es ist nicht außer Kontrolle geraten. Es handelt sich um die Regierung, die absichtlich eine untragbare Anzahl von Menschen ins Land bringt, was irgendwie verblüffend ist. Ganz genau. Es ist die Posaune. Wir verwenden dieses Wort Chaos by Design, um eine Menge grasloser Politiken zu beschreiben. Aber dies ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es keine Möglichkeit gibt, dass diese Menschen, die vielleicht sowieso nach Kanada kommen wollen, in das Land kommen können, wenn die Bundesregierung nicht die Flüge, die Visaprogramme, sogar die Personalbeschaffung für die Beamten, all diese Menschen in der richtigen Zeit organisiert. Es ist also alles eine bewusste Politik. Und deshalb denke ich, dass es sich lohnt, Kanada in diese Diskussion einzubeziehen, in der wir über Großbritannien gesprochen haben. Ich werde mit Joshua gleich über Deutschland sprechen. Und in beiden Ländern kann man das leicht als Unfall, als Krise, als außer Kontrolle geratene Regierung ansehen. Und das ist in diesen Ländern auch der Fall. Ich denke, Kanada wirft ein einzigartiges Licht darauf, dass zumindest ein Teil dieser Krise, das Ergebnis einer bewussten Entscheidung der Regierung ist, die aktiv sagt, wir wollen mehr Migranten in diesem Land. Ich meine, es ist dasselbe wie in Großbritannien, wo Großbritannien mit dem Brexit die Kontrolle über seine Grenzen zurückerobert hat. Und ja, wir haben eine Krise der kleinen Boote an unserer südlichen Grenze mit Menschen, die über den Ärmelkanal kommen. Aber ein großer Teil der Migration in Großbritannien hat jetzt, wo wir unsere Grenzen kontrollieren können, ein Rekordniveau erreicht. Weil die Regierungen diese Gelegenheit nutzen, um die Zuwanderung nicht zu reduzieren, wie es die Wähler bei jeder Wahl getan haben, sondern um noch mehr Menschen ins Land zu holen. Das ist genau richtig. Und ich denke, die natürliche Frage, die sich jeder stellt, ist, warum? Was, was ist die Absicht hinter dieser Krise und dieser Krise mit Absicht? Und so ist es schwierig, alle Gründe zu kennen. Einiges davon ist ideologisch. Sie glauben wirklich, dass die Einwanderung der richtige Weg ist, dass viele von ihnen glauben, dass es unser Schicksal ist, in Kanada eine Vergangenheit der Kulturen zu schaffen, dass es immer so sein wird. Ich denke, dass viele dieser Stimmen darauf zurückzuführen sind, dass die Migranten links wählen. Ich denke, das ist genau ein Teil des Grundes, aber sorry, fahren Sie fort. Aber nein, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich war kürzlich Zeuge einer Einbürgerungszeremonie und man konnte sehen, dass das Ganze darauf ausgerichtet war, sie in eine eindeutig linke Richtung zu lenken. All diese Menschen werden zu Staatsbürgern und haben das Recht zu wählen. All die Videos, die Reden, die Interaktionen mit dem Bürgermeister und dem Richter und all das. Alles war darauf ausgerichtet, sie dazu zu bringen, die Politik von Justin Trudeau zu unterstützen, die ihnen die Verantwortung abverlangt, zu wählen und mehr Freunde und Familienmitglieder ins Land zu lassen. Es ist also alles sorgfältig geplant, bei jedem Schritt. Das letzte Video, das die neuen Bürger sehen, ist ein Video des Premierministers, in dem er sagt, erinnern Sie sich an diesen Tag, an den Tag, an dem er Kanadier wurde. Und fast hätte ich gedacht, er würde sagen, dass er ein Wähler der Liberalen ist, aber so weit ist er nicht gegangen. Aber das ist die Absicht hinter all dem, was hier passiert. Wenn Sie sich also das politische Spektrum ansehen, dann sehen Sie die Umfragewerte von Trudeau. Und dass er allen Umfragen zufolge keine Chance auf eine Wiederwahl hat. Aber wenn Sie jeden Tag 500 neue Daueraufenthaltsberechtigte ins Land holen und eine beträchtliche Anzahl von ihnen jedes Jahr zu Staatsbürgern werden, erhöhen Sie Ihre Chancen in diesen wichtigen Bezirken Kanadas Wähler zu gewinnen, um eine weitere Wahl zu gewinnen. Und bei uns ist es dasselbe. Ich meine, meine Frau stammt aus Kanada. Sie hat das britische Staatsbürgerschaftsverfahren durchlaufen. Der Test, den Sie dafür machen müssen, ist im Grunde ein Test, wie Sie Leistungen beantragen. Ich meine, Sie haben diesen Aspekt in den letzten Jahren abgeschwächt. Aber es geht nur darum, einen neuen Migranten in diese Pipeline zu bringen, damit er im Grunde ein Kunde des weniger linken Establishments wird, der Geld von der Regierung bekommt und deshalb immer für die linke Partei stimmen wird, die ihm mehr Geld gibt. Abraham, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Willkommen zurück bei Posaune World. Natürlich sind wir in der englischsprachigen Welt nicht die einzigen, die mit Migrationsproblemen zu kämpfen haben. Für Deutschland war dies in den letzten zehn Jahren eines der größten Themen, das einige absolut entscheidende Veränderungen in der deutschen Regierung und Gesellschaft ausgelöst hat. Um darüber zu sprechen, bin ich heute mit unserem deutschen Korrespondenten Josue Michels zusammen. Diese Geschichte der Migration ist eine langfristige Geschichte. Sie hat diese Woche auch in Deutschland für Schlagzeilen gesorgt, sowohl was die Probleme der Migration als auch mögliche Lösungen angeht. Vielleicht könnten Sie uns zunächst einige davon nennen. Ja, Migration ist gerade ein großes Thema in Deutschland. Ich glaube nicht, dass es viel in die internationalen Nachrichten geschafft hat. Erst letzte Woche gab es eine Messerattacke in Stuttgart durch einen Syrer. In der Schlagzeile hieß es, dass der 17-Jährige bereits 34 Straftaten begangen hat und aus seiner Familie kommt mit 110 Straftaten. Erst vor kurzem hat ein Gericht entschieden, dass die Situation in Syrien jetzt so ist, dass zwar immer noch ein Bürgerkrieg herrscht, es aber nicht mehr so gefährlich ist, sodass einige dieser Migranten tatsächlich zurückkehren könnten. Das hat eine ganze Reihe von Debatten ausgelöst, denn seit 2016 haben hunderttausende Syrer in Deutschland Zuflucht gesucht. Und jetzt besteht die Möglichkeit, dass sie oder viele von ihnen nach Syrien zurückkehren könnten. Ähnlich wie in Großbritannien gab es auch in dieser Geschichte einige unmittelbare Nachrichten. Es gibt aber auch langfristige Ursachen, langfristige Probleme mit der Migration, die Jahrzehnte zurückreichen. Vielleicht können wir auch über einige der größeren Zusammenhänge in Deutschland sprechen, die uns an diesen Punkt gebracht haben. Deutschland hat eine Geschichte der Migration. Zu einem Zeitpunkt wanderten viele Menschen wegen der Kriege oder anderen Dinge aus Deutschland aus. Natürlich gab es eine Menge Migranten, die nach Amerika gingen. Aber dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, kamen viele Migranten zurück. Und viele Deutsche kamen zurück, aus Osteuropa auch später. Dann brauchten sie Arbeiter. Einige kamen aus Europa, aber viele Menschen kamen auch aus der Türkei. Es gab ein Arbeitsabkommen in der Türkei und es waren eigentlich die ersten Auslöser für kulturelle Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration. Und dann, 2015, ist die Situation in jüngerer Zeit regelrecht explodiert. Damals brach in Syrien alles zusammen. Die Migranten begannen, auf dem Landweg nach Europa zu kommen. Und dann gab es diese berühmte Aussage von Angela Merkel, die sagte, wir schaffen das, oder so ähnlich. Wir werden uns um all diese syrischen Migranten kümmern. Und das war die Geburtsstunde der Partei Alternative für Deutschland als große Massenbewegung. Es gab sie zwar schon vorher, aber sie war eine Art nerdiger deutscher Wirtschaftswissenschaftler, die mit Teilen der Politik der Europäischen Zentralbank nicht einverstanden waren. Das hat sie verändert. Sie hat zusammen mit der Finanzkrise von 2008 den Grundstein für die deutsche Politik gelegt, die wir heute sehen. Es hat Deutschland verändert wie kaum ein anderes Ereignis in der jüngeren Geschichte. Wir hatten auf der Titelseite Deutschlands 11. September, bei dem es um einen Terroranschlag ging, aber die ganze Krise hat Deutschland in ähnlicher Weise verändert. Und Bewegungen der extremen Rechten kamen auf. Und ich erinnere mich, dass ich 2015, 2016 viele dieser Berichte gelesen habe, als Flüchtlingszentren angegriffen wurden. Rechtsextremismus war ein großes Thema, ähnlich wie nach der Fiedervereinigung Deutschlands in den 1990er Jahren. Wir haben etwas sehr Ähnliches erlebt. Und ich denke, wir können über einige der Statistiken sprechen. Waren es mehrere Millionen, die nach der Syrien-Krise kamen, oder waren es am Ende nur eine oder zwei Millionen? Ja, eine Million aus Syrien, aber es gab auch andere Gebiete wie Afghanistan und andere Länder des Nahen Ostens, andere von der Wandregionen, die zu dieser Zeit Probleme hatten. Aber ich glaube, ich habe erst gemerkt, welche große Auswirkungen dies auf Deutschland hatte, als ich vor ein oder zwei Jahren durch Süddeutschland reiste. Dabei wurde mir klar, wie sehr eine Gesellschaft in Deutschland immer noch auf Vertrauen basiert, so wie es vielleicht in Großbritannien und Amerika der Fall war. Nicht zu meinen Lebzeiten, aber vielleicht vor 50, 60 Jahren. Vielleicht in jüngerer Zeit in einigen Teilen des ländlichen Amerikas. Aber in Deutschland ist es heute noch die Norm. Ich erinnere mich, wie ich nach Zürich flog. Ich wollte mit einer Kombination aus Zug und Auto nach Süddeutschland fahren, aber sie stiegen in den Zug ein und es gab keine Fahrkartenschranken, wie man sie in London überall sieht, und in Paris gibt es riesige Fahrkartenschranken, über die man nicht einmal klettern kann, weil sie damit große Probleme haben. Niemand hat meine Fahrkarte kontrolliert. Es basierte alles auf Ehrlichkeit. Ich weiß, dass es manchmal Leute gibt, die die Fahrkarten kontrollieren, aber ich glaube nicht, dass sie mit diesem System in Großbritannien oder Frankreich oder in vielen anderen Ländern auskommen würden. Sie kommen in ein Hotel. Es gibt also mehrere verschiedene Hotels. In jedem Hotel, in dem ich übernachtet habe, gab es eine Art Zimmer, in dem kein Personal anwesend war, mit einem Kühlschrank voller Getränke und in manchen Fällen nur mit einer Plastikbox auf dem Tisch. Und die Idee war, dass sie sich von einem Glas Cola oder einem Softdrink bis hin zu Bier oder einer Flasche Wein mit einer Preisliste bedienen konnten. Sie steckten das Geld einfach in die Box und niemand kontrollierte. Es gab keinen Sicherheitsdienst, der darauf achtete, dass sie kein Geld aus der Box nahmen. Aber sie könnten ein Hotel auf diese Weise führen und sie haben eine Gesellschaft, in der die Menschen daran gewöhnt sind, so zu funktionieren. Und dann bringen sie eine Million Migranten aus Syrien ins Land. Und damit eine Menge Menschen, die wir nicht kennen. Wir haben nicht alle Statistiken darüber, wie viel Prozent sich an diese Regeln halten. Aber sie bekommen plötzlich einen großen Zustrom von Menschen, die sich nicht an diese Regeln halten. Dann haben sie diese Explosion. Und das ist in etwa das, was sie in Deutschland nach dem 15.12.2016 erlebt haben, als die auf Ehrlichkeit basierende Gesellschaft nicht mehr funktionierte. Und das hatte ziemlich weitreichende Auswirkungen. Ja, auf finanzielle Auswirkungen. Denn sie müssen all diese Flüchtlinge unterbringen und ihnen Geld geben, damit sie sich selbst versorgen können. Und wenn sie einen Job finden, stellt sich die andere Frage, nehmen sie einen Job von einem deutschen Staatsbürger weg. Es gab also eine Menge Streit, als all diese Fragen aufkamen. Jetzt sagten viele von ihnen, ja, Syrien hat eine riesige Krise, wir wollen helfen. Und es braucht im Grunde nur eine Minderheit, um daraus ein großes Problem zu machen. Und das ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem geworden. Bei den Terroranschlägen, die sie erwähnt haben. Sie wissen schon, wir hatten den 11. September in Deutschland auf dem Titelblatt, als es zu diesen Morden kam, wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, als Menschen Lastwagen fuhren und Messerstechereien verübten. Und dann war da noch die Tatsache, dass viele junge muslimische Männer mit ihren Geschichten über die Respektlosigkeit gegenüber deutschen Frauen, um es höflich auszudrücken, eine Menge Probleme verursachten. Berühmt geworden ist der Übergriff in Köln im Jahr 2015, als die Deutschen in der Silvesternacht feierten, wie es wohl in der Silvesternacht üblich ist, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien. Sie verbergen nicht das Beste. Und dann sind die Migranten einfach herumgelaufen und haben sich Leute geschnappt. Letzten Sommer schienen Schwimmbäder ein großes Problem zu sein. Öffentliche Schwimmbäder mussten schließen, weil sie nicht mehr damit umgehen konnten, dass Frauen in diesen Schwimmbädern von Migranten belästigt wurden. Die Leute wollten nicht zur Arbeit kommen, weil sie sich das nicht gefallen lassen wollten. Ja, ich war vor kurzem in einem Schwimmbad in der Region, wo ich aufgewachsen bin, da habe ein Schild auf Arabisch gesehen, auf dem die Flüchtlinge oder Einwanderer aufgefordert wurden, die Frauen nicht anzupassen. Das war also ein surrealer Moment. Aber es anscheinend üblich, dass man diese Schilder jetzt überall aufstellen muss. Sie können also verstehen, warum das für eine Menge Empörung sorgt. Und das verändert Deutschland auf eine ganz grundlegende Weise. Wir sehen einen Wandel in der Haltung gegenüber muslimischen Migranten, aber auch in anderer Hinsicht. Was wir hier sehen ist, wie Deutschland mit diesem Problem umgehen will. Eine wichtige Möglichkeit ist, in den Nahen Osten zu gehen. Und dort sagen sie, dass sie die Ursachen der Flüchtlingskrise angehen wollen. Und das veranlasst sie dazu, neue Vereinbarungen zu treffen. Eines davon war mit der Türkei in 2016. Sie sagten also, Türkei, du kannst diese Flüchtlinge nicht durchlassen. Ihr müsst sie aufhalten. Und sie bauten die Lager in der Türkei auf und Deutschland liehnen Geld oder gab ihnen Geld, um diese Flüchtlinge zu unterstützen. Jetzt sagen sie mit Syrien, wir brauchen ein Abkommen mit Syrien, damit wir die Flüchtlinge dort hin zurückschicken können. Und sie sehen es bei anderen Ländern, wo sie sagen, dass wir ihnen wirtschaftliche Unterstützung geben müssen, dass wir bessere Beziehungen zu ihnen aufbauen müssen, um eine Allianz zu bilden, dass es uns wirklich ermöglicht, diese Migranten dorthin zurückzubringen, wo sie hergekommen sind. Ich glaube, es war im Mai. Ich habe gerade in den Nachrichten gesehen, dass die EU mit dem Libanon ein Abkommen über eine Milliarde Euro geschlossen hat, um zu verhindern, dass weitere Flüchtlinge nach Zypern und in die EU kommen. Aber ich glaube, es gibt Gespräche mit Giorgi Maloney in Italien. Einmal eine noch engere Beziehung zum Libanon, so dass sie anfangen können, Migranten in den Libanon zu schicken. Das hat europäische Regierungen auf den Plan gerufen. Ich denke, das ist weniger ein deutsches Problem, sondern ein südeuropäisches, das weniger von den syrischen Migranten betroffen ist. Ich denke da an Italien und Spanien und Malta, sondern von den nordafrikanischen Migranten. Das hat dazu geführt, dass viele dieser Länder in den libanesischen Bürgerkrieg verwickelt sind. Das europäische Engagement im Nahen Osten ist also viel dringlicher als in der Vergangenheit. Aber es gibt auch einen grundlegenden kulturellen Wandel, den wir in Deutschland als Folge dieser Entwicklung beobachten. Ja, in Deutschland wurde schon zuvor über eine Leitkultur gesprochen. Also darüber, wer wir als Deutsche sind. Das war etwas, womit die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg schwer zu kämpfen hatten. Sie sagten, wir haben eine Geschichte der Kriegsführung. Und wir haben gerade einen brutalen Krieg hinter uns. Wer sind wir also als Deutsche? Sie versuchten also dieses Thema ganz zu vermeiden. Aber wenn sie jemanden von außerhalb zu uns bringen, dann sagen sie, sie müssen einwandern und unsere Kultur annehmen. Und dann fragten sie, was ist unsere Kultur? Und so begann die Bewegung. Wir müssen unsere historischen Wurzeln annehmen. Und viele haben gesagt, jede Stadt in Deutschland hat eine Kirche. Also Christentum ist offensichtlich unsere Geschichte. Ich habe hier ein Zitat von dem ehemaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Er ist ein Katholik. In einer 2017 sagte er, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht bereit sind, unsere Kultur zu leben, dann werden andere unsere Kultur definieren, meine Damen und Herren. Und es kann nicht unser Ziel sein, das, was über Jahrhunderte gewachsen ist und das, was sich niederschlägt in den Kirchtürmen in diesem Lande, das, was sich niederschlägt in der Vereinskultur in diesem Lande, das, was sich niederschlägt in einer christlich-jüdisch gewachsenen, abendländischen Kultur, dass wir das anderen überlassen und nicht mehr selbst leben, selbst gestalten und als Maßstab für diejenigen nehmen, die zu uns kommen, meine Damen und Herren. Also wir haben einen stärkeren Drang gesehen, diese Kultur anzunehmen und im nächsten Jahr hat die Europäische Union das Kultur-Erbjahr erklärt und in ganz Europa Veranstaltungen organisiert, in denen Millionen von Menschen teilgenommen haben. Um Aufmerksamkeit auf diese Geschichte zu lenken, ich erinnere mich an ein Ereignis, eine Veranstaltung, die 70.000 Menschen gesehen haben, die sich rund um den Aachener Dom drehte, der von Karl dem Großen gegründet wurde, der Europa zum ersten Mal durch seinen katholischen Ansatz vereinte, indem er sagte, dass wir eine Religion haben, hinter der wir uns alle versammeln können, verschiedene Gruppen von Menschen, verschiedene religiöse Praktiken müssen sich dem anschließen. Wir können unter diesem einen Dach zusammenkommen. Und das ist es, was die Deutschen und Europa später wirklich vereint hat. Und darauf gründete sich auch die Europäische Union, obwohl sie in der letzten Zeit nicht mehr so daran festgehalten hat. Ein faszinierender Aspekt der ganzen Sache ist für mich die Art und Weise, wie die Migrantenkrise Europa dazu gebracht hat, christlicher zu werden. Nicht wirklich im Sinne eines Kirchenbesuchs, aber sie hat es vorangebracht. Sie hat sie zu einem viel größeren politischen Thema gemacht, als sie es früher war. Ich glaube, es war Bayern und dem Markus Sodor, der nach 2015 und all den Migranten und all dem das Kreuz in allen öffentlichen Gebäuden anbringen ließ. In Frankreich wurde mehr und mehr gegen die Burka und die islamische Kopfbedeckung vorgegangen. Sie fördern also christliche Bilder, während islamische Bilder verboten werden. Weil? Was ist der kulturelle Unterschied zwischen den Migranten, die nach Europa kommen und denen, die bereits hier sind, und das christliche Erbe ist die einfachste und unmittelbarste Antwort. Und ich denke, das treibt diese Christianisierung Deutschlands voran. Es führt dazu, dass das Christentum in diesem sehr säkularen Frankreich, in dem es normalerweise eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat gibt, eine größere Rolle in der Öffentlichkeit einnimmt. Ich denke, das ist etwas, das wir vielleicht in einer anderen Sendung näher beleuchten können, aber ein wirklich aufschlussreicher Aspekt. Wir haben zu Beginn dieser Sendung über die Migration in Großbritannien gesprochen und natürlich über die Explosion der Unruhen dort. Die Art und Weise, wie die Regierung versucht zu leugnen, dass es überhaupt ein Migrantenproblem gibt und zu sagen, dass dies nur ein rechtsextremes Problem ist. Was Deutschland betrifft, so haben wir vorausgesagt, dass sich Deutschland in eine etwas andere Richtung entwickeln wird, denn all diese verschiedenen Richtungen, über die wir hier gesprochen haben, drängen Deutschland dazu, sich mehr im Nahen Osten zu engagieren, eine eher christliche Kultur zu haben, sogar einen starken Führer zu haben, der mit einigen der Auswirkungen umgehen kann. Sie können mit der Gesetzlosigkeit umgehen, die mit einigen dieser Migranten gekommen ist. Das sind alles Prognosen der Bibel. Und was wir in Europa sehen, ist, dass die biblische Prophezeiung uns sagt, dass diese Migrantenkrise in Großbritannien letztlich eine ganz andere Richtung einschlagen wird als in Europa. Und ich denke, das können wir. Einiges davon ist bereits zu erkennen. Aber die Bibel zeigt uns, wie es in beiden Fällen weitergeht. Ja, die biblische Prophezeiung leitet unsere nachischen Analyse hier. Denn sonst kann man das nicht verstehen. Denn Deutschland scheint in ganz andere Richtungen bezogen zu werden. Und viele Deutsche schreiben mir regelmäßig, unser Land geht mit wirtschaftlichen Problemen schnell runter. Wir haben das Migrationsproblem und wir sehen keine Zukunft für Deutschland. Aber was die Bibel beschreibt, ist genau das, was wir in Deutschland erleben. Zum Beispiel hat die große Zahl der in Deutschland lebenden Türken eine Beziehung zur türkischen Regierung. Die Menschen gehen also hin und her und ihre kulturellen Verbindungen sind bereits etabliert. Ihre Handelsbeziehungen sind etabliert, ihre Sprachkenntnisse dienen als Brücke, sodass die Menschen besser kommunizieren können. Und wir wissen aus einer Prophezeiung in Psalm 83, dass Deutschland mit der Türkei verbunden sein wird. Und die Migration hat diese Länder kulturell zusammengebracht. Es gibt zwar Auseinandersetzungen, aber sie sehen auch Gemeinsamkeiten. Und sie sehen diese Verbindungen, die hergestellt wurden. Vor kurzem haben wir etwas Ähnliches mit Syrien erlebt. Mit diesen Millionen Syrern, die gekommen sind. Sie haben Deutsch gelernt, sind in Deutschland ausgebildet worden und sie gehen jetzt zurück gleich nach Syrien. Und sie werden dann immer die Verbindung zu Deutschland haben. Sie werden Deutschland immer dankbar sein. Und Syrien ist auch in Psalm 83 prophezeit worden, dass sie mit Deutschland vereint sein werden. Aber es gibt noch eine andere Prophezeiung, die einen anderen Blickwinkel aufzeigt. Dort sehen wir eine aggressivere Reaktion Europas, die besagt, dass wir uns auf unsere kulturellen Wurzeln besinnen müssen und den radikalen Islam entgegensetzen müssen. Der Gerald Flory hat oft gezeigt, dass der Hauptsponsor des Terrorismus der Iran ist. Und der Bibel wurde ausdrücklich prophezeit, dass Deutschland den Iran im Nahen Osten bekämpfen wird. Weil man erkennt, dass es nicht tragbar ist, all diese Flüchtlinge unterzubringen, dass viele von ihnen vor Terrorismus fliehen. Es gibt andere Gründe, aber wenn man diesen ständigen Migrationsstrom hat, hilft das nicht. Iran hat auch andere Dinge getan, die Deutschland provoziert haben. Wurden mehr, haben sie den Handel bedroht. Und Deutschland ist derzeit auch ein ausgesprochener Verbünder Israels. Sie sagen, man kann Israel nicht bedrohen. Wir stehen mit Israel. Es gibt also viele Anzeichen dafür, dass Deutschland dem Iran entgegentreten wird. Und die Flüchtlingskrise wird Deutschland einen zusätzlichen Grund dafür geben, das zu tun. Während Deutschland also ganz anders reagieren wird, und Sie sehen einige der gleichen Probleme wie beispielsweise in Großbritannien, Deutschlands Reaktion wird ganz anders ausfallen nach der Prophezeiung. Und das sehen wir bereits in den Nachrichten. Nun vielen Dank für das Gespräch, Josue. Wir werden eine kurze Pause einlegen. Wenn wir zurückkommen, werden wir ein wenig mehr darüber erfahren, warum diese Länder zwei sehr unterschiedliche Wege gehen und wohin diese Migrationskrise Großbritannien führt. Hallo und willkommen zurück bei Posaune World. Zum Abschluss möchte ich über eine ganz bestimmte Botschaft der Bibel für Großbritannien, Kanada, Australien und andere ehemalige britische Kolonien sprechen. Letztes Mal haben wir in der Sendung ein wenig über Herbert W. Armstrongs Buch »Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung« gesprochen. Es ist wirklich die Grundlage für so vieles, was wir in dieser Sendung besprechen. Dieses Buch erschließt Ihnen die biblische Prophezeiung, und Herr Armstrong zeigt in diesem Buch, dass Großbritannien von Ephraim, dem Sohn Josefs, abstammt. Im Buch 1. Mose, insbesondere in 1. Mose 48 und 49, ist die Rede davon, dass Ephraim eine Kolonisationsmacht ist, eine Vielzahl von Völkern oder eine Gesellschaft von Völkern, wie es in 1. Mose 48 und Vers 19 heißt. Das Buch Hosea spricht 37 Mal über Ephraim. Das macht dieses Buch sehr relevant für das, was gerade in Großbritannien und diesen anderen Ländern passiert. Dieses Buch zeigt, warum die Migrationskrise in Großbritannien und Deutschland in eine ganz andere Richtung geht. Es gibt einige Gemeinsamkeiten in diesen beiden Ländern mit dem Problem, und es gibt einige Gemeinsamkeiten in der Reaktion darauf, aber letztendlich landen diese beiden Nationen an sehr unterschiedlichen Orten. Werfen wir also einen kurzen Blick auf das Buch Hosea, was es uns über die Migrantenkrise erzählt, wohin sie sich entwickelt. Und es wird uns helfen, Gottes Liebe in dem zu sehen, was Großbritannien, Deutschland und die ganze Welt gerade durchmachen. Ich beginne mit Hosea 13 und Vers 9. Hier heißt es, O Israel, du hast dich selbst zerstört. Auf den Rest dieses Verses werden wir später zurückkommen, aber das ist wirklich ein Thema. O Israel, du hast dich selbst zerstört. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch Hosea und Hosea 8 und Vers 7. Zum Beispiel heißt es, dass sie Wind gesät haben und Sturm ernten werden. Bei Hosea und der biblischen Prophetie geht es im Allgemeinen um Ursache und Wirkung. Und die Schlüsselbotschaft in Hosea lautet, dass Großbritannien und all diese anderen Nationen Dinge tun, die ihnen Probleme und Flüche verursachen. Aber in Vers 7 heißt es, darum will ich ihnen begegnen wie ein Löwe, wie ein Leopard. Ich will sie beobachten. Ich werde ihnen begegnen wie eine Bärin, die ihre Jungen verloren hat. Ich werde den Ruf ihres Herzens zerreißen und sie dort wie ein Löwe verschlingen. Die wilden Tiere werden sie zerreißen. Gibt es hier einen Widerspruch? Gott sagt, Israel, du hast dich selbst zerstört. Aber im Vers davor sagt er, ich habe Israel und Ephraim wie ein Löwe verschlungen. Nun, das ist kein Widerspruch, aber es sagt uns eine wichtige Wahrheit. Wir zerstören uns selbst, aber Gott fügt auch Flüche und Zerstörung hinzu. Und deshalb entwickelt sich die Krise in Großbritannien in eine ganz andere Richtung als die in Deutschland. In Deutschland gibt es eine echte Migrantenkrise. Das ist ein echtes Problem. Sie wird Deutschland einige harte Zeiten bescheren, aber letztendlich werden sie gestärkt und mit einem starken Führer daraus hervorgehen. Gott wird sie aufrichten. Aber was Großbritannien betrifft, so sagt Gott mehrmals in Hesekiel und Jeremia, ich bin gegen dich. Und so werden die Situation der Migranten und andere Flüche auf lange Sicht noch schlimmer werden. Die biblischen Prophezeiungen deuten darauf hin, dass Gott zum Beispiel in den USA diese Flüche vorübergehend aufheben wird, damit diese Botschaft verbreitet werden kann. Und wahrscheinlich wird das auch für Großbritannien gelten. Aber letztendlich geht es mit dem Land bergab. Und so zeichnet das Buch Hosea in vielerlei Hinsicht Ursache und Wirkung nach, wie wir unsere eigenen Probleme verursachen und warum ein liebender Gott die Flüche zu denen unserer Nation hinzufügt. Dieses Buch hat eine Menge über persönliche Unmoral zu sagen. Es beginnt damit, dass ein Volk Gott vergisst. Das sehen wir in Hosea Kapitel 2 und Vers 8, wo es heißt, Denn sie erkannte nicht, dass ich, Gott, ihr Korn, Wein und Öl gegeben und ihr Silber und Gold vermehrt hatte, das sie dem Baal bereitet hatten. Wir hatten all diesen Reichtum, aber wir erkennen nicht an, woher all dieser Reichtum und Segen kam. Und Großbritannien hatte so viel Wohlstand, war so lange führend in der Welt, aber wir erkennen nicht an, dass dieser Wohlstand von Gott kam und haben ihn stattdessen für wertlose Dinge ausgegeben. Und deshalb nimmt Gott diesen Segen weg. In Kapitel 4 von Hosea geht es dann um all die verschiedenen Götzen, die physischen Dinge, die unsere Nation angenommen und über Gott gestellt hat. Es ist der Materialismus, dem wir uns zuwenden, um in unserem Leben Befriedigung zu finden, den wir letztlich anbeten und um den wir unser Leben drehen. Schauen Sie sich Hosea 4 und Vers 2 an und sehen Sie sich an, wie Gott unsere Gesellschaft beschreibt. Er sagt, Und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, wenn Sie sich einige der Informationen im Internet über die Migration und einige dieser Probleme ansehen, über die die Mainstream-Medien eher nicht sprechen. In den Berichten, in denen wir darüber sprechen, klingt es manchmal so, als sei dies die Erbsünde unserer Gesellschaft, als sei die Migration unser einziges Problem und die Ursache all unserer anderen Probleme. Und das ist nicht wahr. Und ja, es gibt Probleme, die mit unkontrollierter Migration einhergehen. Ja, sie ist ein echter Fluch. Im Buch Hosea wird auch darüber gesprochen. Aber einige dieser Berichte können den Eindruck erwecken, dass ohne unkontrollierte Migration alles wie im Paradies wäre, dass alle Menschen ehrenhaft und ehrlich wären und die Städte sicher wären. Und das ist nicht der Fall. Ich bin sicher, dass es einige Verbesserungen geben würde, aber sehen Sie sich an, wie Gott die britische Gesellschaft beschreibt. Sie fluchen, lügen, morden, stehlen, begehen Ehebruch. Wir haben all das. Wir sehen das in den Unruhen in der Nähe einiger dieser Bilder von den Unruhen. Es sind nicht nur die Migranten, die hierher kommen, Läden zerstören und Sachen stehlen. Es gibt eine Menge davon. Es wird viel gelogen und gestohlen, Es gibt viele Menschen, die betrügen, um voranzukommen, die stehlen, wenn sie damit durchkommen, wie zum Beispiel bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Ich meine, es sind nicht die Migranten, die all diese unmoralischen sexuellen Praktiken nach Großbritannien bringen. Sie zwingen unseren Kindern in den Schulen nicht die LGBT-Bewegung auf. Das kommt nicht von ihnen. Offensichtlich haben wir auch hier unsere eigenen Probleme und das verursacht weitere Probleme. Unsere Familien brechen auseinander. Das Ergebnis ist, dass wir unseren Kindern im Grunde die nächste Generation opfern, weil wir sie nicht richtig aufklären und anleiten. Davon ist in Vers 14 von Kapitel 4 die Rede. Die Einwanderung ist also nicht die einzige Quelle allen Übels für unsere Gesellschaften. Sie ist nicht das einzige Problem und in vielerlei Hinsicht ist sie ein Symptom der gesellschaftlichen Krankheit. Wir haben zum Beispiel eine Rekordzahl junger Menschen, die nicht arbeiten. Wir haben keine Rekordarbeitslosigkeit. Sie werden nicht als arbeitslos gezählt. Aber das liegt an der Langzeitkrankheit. Eine halbe Million Erwachsene im Vereinigten Königreich unter 35 Jahren sind aufgrund einer Langzeiterkrankung arbeitslos. Und ein Drittel von ihnen erhält Leistungen von der Regierung, weil sie aufgrund ihrer psychischen Gesundheit nicht arbeiten können. In mehreren nördlichen Städten ist jeder vierte Einwohner im erwerbsfähigen Alter nicht erwerbstätig. Wir haben in diesem Land eine Krise der Langzeitkrankheiten. Und die Regierung hat auf diese Krise der Arbeitslosigkeit mit der Förderung der Migration reagiert. Sie denken, dass wir all diese Steuereinnahmen an Menschen zahlen müssen, die nicht arbeiten, um die Wirtschaft zu stützen. Wir müssen mehr Arbeitskräfte importieren. Nun, ich denke, dass es in diesem Fall Probleme und Annahmen gibt, die man kritisieren kann. Und Annahmen, die möglicherweise fehlerhaft sind. Aber ich denke, noch wichtiger ist, dass damit das massive Problem überdeckt wird, dass wir eine Generation heranziehen, die einfach zu schwach ist, um zu arbeiten. Und diese Massenmigration überdeckt letztlich unseren gesellschaftlichen Niedergang und unsere familiären Probleme, die uns in diese Krise geführt haben, in der wir eine ganze Generation heranziehen, die nicht wirklich in der Lage ist, etwas zu tun und zu produzieren. Es liegt auch an unseren Familienproblemen, dass wir keine starken Führer haben. Hosea 5 und Vers 1 sprechen davon, dass unsere Führer eine Schlinge, eine Falle sind. In Vers 11 des 5. Kapitels heißt es, dass die Nation als Ganzes unterdrückt und im Urteil gebrochen ist. Wir treffen törichte Entscheidungen. Und das Ergebnis ist eine Gesellschaft, die nach außen hin gut aussieht, aber zutiefst fehlerhaft ist. In Vers 12 von Hosea 5 heißt es, Darum will ich für Ephraim wie eine Motte sein und für das Haus Judah wie eine Fäulnis. Und das Bild hier ist ein von Motten zerfressenes Kleidungsstück. Es sieht gut aus, wenn es im Schrank liegt. Und sie holen es heraus, um es anzuziehen. Und es fällt einfach auseinander. Es ist nutzlos, wenn sie es brauchen. Und so ist Großbritannien heute. Manchmal kann es gut aussehen, vielleicht sehen die Dinge ein wenig schäbig oder verblasst aus, aber erst wenn man sie wirklich getestet hat, merkt man, wie zerbrechlich alles ist. Wir haben ein kostenloses Heft über Hosea von Posaune-Chefredakteur Gerald Fleury. Und hier ist, was er geschrieben hat. Die Menschen sehen nur Wohlstand, Glitzer und Glamour. Die meisten Menschen leben heute nur noch für die nächste aufregende Unterhaltung. Obwohl die Zeichen der Katastrophe da waren, weigern sich unsere Nationen, die Motten und Würmer in unserer Gesellschaft zu sehen. Aufgrund unserer vielen Sünden gibt es nicht mehr viel Substanz, die unsere Nationen zusammenhält. Es sind unsere weit verbreitete Unmoral und Sünden, die dieses Problem verursachen, das die Wurzel unserer Probleme ist. Und die Migration und die Migrationskrise und die Unruhen, die wir erleben, sind ein Symptom dieses tieferen Problems. Und vielleicht wachen jetzt einige auf und beginnen diese Probleme etwas klarer zu sehen. In Vers 13 geht es darum, dass Britannien und Judah ihre Probleme erkennen, aber nicht zu Gott um Hilfe gehen. Stattdessen wenden sie sich an Assyrien, an das biblische Deutschland. Das ist etwas, worüber in diesem Buch auch gesprochen wird. Assyrien ist Deutschland, die USA und Großbritannien in der Prophezeiung und etwas, worüber wir letzte Woche in der Sendung ein wenig gesprochen haben. Aber Hosea spricht speziell über die Einwanderung als eines der Probleme, die die Gesellschaft schwächen. Hosea spricht ganz konkret über die Einwanderung, die die Gesellschaft schwächt. In Hosea Kapitel 7 und Vers 8 heißt es Dies ist ein weiteres Bild, das dem von Motten zerfressenen Kleidungsstück ähnelt. Einem Kuchen, der auf der einen Seite nicht gar ist und auf der anderen Seite verbrannt, weil er nicht gewendet wurde. Und wenn Sie ihn im Ofen betrachten, sieht er vielleicht köstlich aus. Aber wenn Sie ihn dann anschneiden, ist er ganz verbrannt und ungenießbar. Das ist unsere Gesellschaft und Gott verbindet sie mit Ephraim, der sich unter das Volk gemischt hat, indem er all diese Fremden ins Land brachte. Das hat zu einer Gesellschaft geführt, die von Grund auf zerbrechlich ist und nicht standhalten wird, wenn sie auf die Probe gestellt wird. In Vers 9 heißt es Die Fremden haben seine Kraft verschlungen und er weiß es nicht. Ja, er hat hier und da graue Haare und er weiß es nicht. Unsere Gesellschaft ist viel schwächer, als uns wirklich bewusst ist. Einige Menschen wachen auf und stellen fest, dass Fremde ihre Kraft aufgefressen haben. Aber wenn man Verse wie diesen liest, fragt man sich, ob selbst die Rechten erkennen, wie schlimm das Problem ist. Die Regierung tut das sicher nicht. Sie denken, dass die Stärke da ist und dann wird sie gefordert und getestet und die Nation fällt einfach auseinander. Aber warum? Warum lässt ein liebender Gott diese Flüche zu und verschärft sie sogar noch? Warum greift er nicht ein, gibt uns eine bessere Führung und rettet uns vor diesen Problemen? Hosea listet all diese Flüche im Detail auf und wir können wissen, dass dieses Buch zuverlässig und genau ist, denn wir sehen uns um und sehen, wie sie sich erfüllen. Wir sehen, wie perfekt es unsere Gesellschaft beschreibt. Aber dieses Buch enthält auch einige der positivsten und ermutigendsten Verse in der Bibel für Großbritannien. Hosea, der Name bedeutet Errettung. Das ist es, was Gott für Großbritannien, für Deutschland, für die Welt will. Und das ist das große Bild dieses Buches. Das ist der Grund, warum Gott diese Flüche und das Leid hinzufügt. Es geht nur darum, dass Gott die Rettung bringt. Schauen wir uns Hosea, Kapitel 5, noch einmal an. In den Versen 6 und 7 heißt es, dass sie mit ihrer Herde und mit ihren Kindern den Ewigen suchen. Aber sie werden ihn nicht finden. Er hat sich von ihm zurückgezogen. Sie wissen, dass die Briten nur halbherzig nach Gott suchen, wenn die Dinge schief laufen. Aber wie es in Vers 7 weiter heißt, ist es verräterisch. Es ist nicht aufrichtig. Wir haben bereits Hosea 5 und Vers 13 erwähnt, in dem es darum geht, dass die Briten, wenn sie ihre Probleme sehen, letztlich andere Nationen um Hilfe bitten, anstatt zu Gott. Das Endergebnis ist Vers 14, wo Gott sagt, Gott bringt also aktiv eine Menge Leid über diese Zählung auf unsere Länder. Es wird ziemlich schlimm werden. Aber dann sehen sie sich Vers 15 an. Ich will hingehen und an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihr Vergehen anerkennen und mein Angesicht in ihrer Bedrängnis suchen. Sie werden mich früh suchen. Das ist die Hoffnung. Das ist der Grund, warum Gott straft. Wenn die Dinge wirklich schlimm werden, kommen sie und suchen Gott frühzeitig auf. Das Volk bereut. Das Volk ändert sich. Das Volk hat seine eigene Zerstörung verursacht. O Israel, du hast dich selbst zerstört. Das ist es, was wir tun müssen, damit unser Volk aufhört, sich selbst zu zerstören. Das ist es, worum sich Gott kümmert. Das ist der Grund, warum alles aus seiner Liebe heraus geschieht. Das ist es, was nötig ist, um uns davon abzuhalten, uns selbst zu zerstören. Hosea ist voll von Hinweisen auf eine Botschaft, die gerade jetzt an Großbritannien ergeht, die es beherzigen und ändern könnte und die ihm letztlich helfen wird, umzukehren. In Vers 9 heißt es zum Beispiel, dass Ephraim am Tag der Zurechtweisung verwüstet sein wird. Am Tag der Zurechtweisung wird es viel Leid geben. Aber unter den Stämmen Israels habe ich kundgetan, was geschehen wird. Gott hat prophezeit, dass er im Voraus kundtun wird, was geschehen wird. In Vers 8 heißt es, bläst die Posaune in Jibäa und die Trompete in Rama, schreit laut in Bethhaven, nachdem ihr Benjamin geschuldet habt. Er bläst die Posaune zur Warnung, eine dringende, dringende Botschaft zu bereuen und sich zu ändern. Und dann heißt es in Vers 15, dass die Briten diese Botschaft hören werden, sobald es wirklich schlimm wird und dass sie sich zu Gott bekehren. In Hosea, Kapitel 6, heißt es, Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Das Volk geht zu Gott und sucht bei ihm nach Heilung. In Kapitel 11 dieses Buches wird sehr ausführlich beschrieben, wie sehr Gott Ephraim liebt, dieses Volk, das er korrigiert. Wenn wir also zum Anfang zurückkehren, Hosea 13 und Vers 9 sagt Gott, O Israel, du hast dich selbst zerstört. Aber in mir ist deine Hilfe. Gott tut all dies, um dem ganzen Volk und schließlich der ganzen Welt das Heil zu bringen. Er liebt alle Völker. Er sagt, dass er keine Rücksicht auf Menschen nimmt. Wenn er also in Kapitel 11 beschreibt, wie sehr er Ephraim liebt, dann will Gott eine liebevolle Beziehung zu allen Völkern haben und er arbeitet mit ihnen auf leicht unterschiedliche Weise zu verschiedenen Zeiten. Gott benutzt und erweckt das biblische Assyrien oder Deutschland, um Israel zu korrigieren. Er sorgt also dafür, dass die Migrantenkrise das Land zu einer starken Nation formt, die er benutzen wird, um Großbritannien in Amerika zu korrigieren. Aber dann, im Buch Nahum, sagt Gott zu Assyrien, dieses Mal etwas später, ich bin gegen dich. Genau wie er es jetzt gegen Großbritannien in Amerika sagt. Er bestraft Assyrien und Deutschland aus demselben Grund, aus dem er jetzt Großbritannien bestraft. Er liebt all diese Nationen. Er will alle Nationen zu sich bringen, und das ist das Endergebnis. Gott bestraft Großbritannien gerade jetzt, aber Hosea hilft uns, diese Strafe in den Kontext eines liebenden Gottes zu stellen, der der ganzen Welt das Heil bringen will. Nun, das ist alles, wofür wir Zeit haben. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wenn Ihnen die Sendung gefällt, geben Sie uns bitte ein Like oder abonnieren Sie uns auf YouTube oder Rumble. Sie können uns auch eine E-Mail an info at dieposaune.de schicken. Vergessen Sie nicht, dass Sie all die Literatur, die wir in dieser Sendung erwähnt haben, auf unserer Website halten können. Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung ist ein fantastischer Ausgangspunkt. Wir haben eine kleine Broschüre über Hosea, in der Sie mehr über das erfahren können, worüber wir heute gesprochen haben. Sie können diese beiden Bücher kostenlos auf unserer Website bestellen. Bitte senden Sie uns Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Wir melden uns am Freitag wieder und bis dahin beobachten Sie Ihre Welt weiter. Wir haben eine kleine lobster, diese Geräte sein. Wir haben eine kleine